Hallo, heute möchte ich mit euch zusammen meine letzte Latexbestellung auspacken. Ich hatte ja letztens einen gebrauchten Anzug ersteigert, aber der hat leider nicht gepasst. Meistens habe ich ja Glück, aber in dem Fall nicht, sodass ich das Geld in einen passenden Anzug von CL Design investiert habe. Und das mache ich jetzt mal auf das Paket. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich kaufe ja auch inzwischen öfters dort, weil ich einfach überzeugt bin von der Qualität und nach jedem Wunsch noch auf Maß gemacht. Du kannst Strukturlatex auswählen oder mit Glitzer und da kann man natürlich nicht Nein sagen. So, da ist dann auch schon das gute Stück. Mit Strukturlatex und Glitzer und in einer anderen Farbe, was ich noch gar nicht habe. Und ich werde mal anprobieren. So, und für euch möchte ich mir rein geschlüpft. Also ich finde, der schaut echt gut aus. Mal was anderes, mal eine andere Farbe. Und schaut euch dieses tolle Glitzer-Strukturlatex an. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Aber schön mit hohem Kragen. Und natürlich das coolste ist dieser Rückenpfeil. Der ging finde ich echt klasse. Ich habe den schon in schwarz und dachte, ich muss noch mal in einer anderen Farbe her. Und ja, ich liebe es einfach.